Wir als Spezialist für Badezimmerausstattung sind unter anderem auch spezialisiert auf Duschtassen, die wir in den unterschiedlichsten Materialitäten herstellen. Also nicht nur Acrylduschwannen, sondern auch Keramikduschwannen. Wir haben Acrylduschwannen mit Mineralgusskernen und jetzt einen Neuzuwachs in unserem Portfolio Mineralgussduschtassen mit einer Natursteinoberfläche, die eine besonders rutschfeste Haptik gibt. Das heißt, hier ist keine zusätzliche Beschichtung notwendig, um hier eine Antirutschklasse C zu erhalten. Das heißt, die höchste mögliche Rutschklasse ist hier auf natürlichem Wege erfüllt. Dementsprechend gibt diese Duschtasse zusätzlich einem Barfußduscherlebnis ein besonders natürliches Empfinden. Besonders interessant bei dieser Duschtasse ist, im Gegensatz zu Acrylduschwannen, dass wir eine Auswahl von fünf unterschiedlichen, sehr natürlichen Farben haben, mit denen man den Duschbereich in einer sehr abgesicherten Art und Weise wunderbar in das Ambiente im Badezimmer an die Fliesen anpassen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.